Na, geht's dir gut, ne? Die Zähne ist da auch, kannst du mir doch nicht zeigen, ne? Wenn ich halten soll, sagen Sie ja. Wenn ich da jetzt nicht einmische. So ein Köpfchen streichelt hilft schon mal sehr. Das ist mein Ding. Kannst denn meine Alzen nicht festgehalten werden müssen? Ne, ne. Und gut zureden ist immer wichtig, ne? Ja, das stimmt. Und leise. Wir reden immer leise, ne? Fertig? Hat er die Spritze? Ja.